hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge am ninja weverse ja und es meldet sich direkt unser kind wieder ja in der letzten folge haben wir ganz schön viel horror erlebt in dieser abnormalen feld mit diesen ganzen zombies hier und ich will einfach nur raus hier eigentlich mit das portal hoffentlich ist es jetzt weiter dann hier okay die folge geht ja schon wieder gut los ja jetzt haben wir auch keine lampenöl mehr ich schaue mich noch mal kurz hier unten um die notiz haben wir ja schon gelesen hier kann man auch nichts anzünden glaub ich auch noch da hinten was sehen ah hier sind auch noch schweifelzer und eine notiz an nothing near not monsters just sleeping waiting hunters block me just like me changed stronger so much stronger angry like you know she did it she did it i wish i'd ripped a Biddy open and pull that thing out! Okay. Es war Tzaz irgendwie dafür verantwortlich. Hat sie irgendwas gegessen? Okay. Also, ach, hier geht's ja auch noch hoch, oder? Ach nee, jetzt. Zum Beispiel, okay. Also müssen wir da hoch. Okay, jetzt wird... wenigstens ein bisschen normaler wieder aus. Okay. Was ist das hier? Okay. Scheiße. Und noch ein bisschen Lampenöl. Okay. Wir haben echt wenig Lampenöl dafür, aber Streichmetter. Ich finde Lampenöl irgendwie ein bisschen nützlich, ja? Okay. Okay, das ist ein bisschen cool. Okay. Die Frage ist, ob wir da rein müssen. Oder... Ach ja, wir müssen da rein. Okay. Wir sind sicher. Wir sind sicher. Wir sind okay hier. Okay, nur schauen. Ach, sind mehrere, kommen da auch noch. Ja, muss man wieder jetzt hin? Geht's jetzt da rechts lang? Nein. Nein, sie nicht... Sieht nicht danach aus. Hallo. Ah, nein. Keine Seite. Oh, ich bin genug für Schweizer. Das soll ich nicht stömen. Dann rühren. Oh, ich gehe gleich in der... wieder in die Ausraste. Aaaah, ich kriege gleich in der... ... in der Ausraste. Lampenöl. Ja, ich weiß. Okay, Tür aufmachen. Hä? Ja, ich weiß. Ich muss mich nicht machen. Hä? 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 Ja, was muss ich denn hier machen? Hä? Okay. Also nochmal. Ja, das Ding ist abgebrochen, was heißt? Wir müssen das hier unten drücken. Ah. Ja. 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 Okay. Okay... Ehh... Big Summon... No! No, 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 no! No, no, no! Aaaaaah! Yeah, I'm... Okay, when is she safe? Okay... Good. Puh... Mensch... Is someone in my portal? How long do we have to change the door? Oh, no... Ah... Goddammit, yeah... Ehh... 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 Maybe is another doctor in London? No... No... I will not put her through it. Not again! Okay... Oh, oh, oh... Oh, thank God. All right. Just... Just got to get this thing working. Oh, I'm killed. Oh, shit. What's going on now? Is there something here? Oh, what's going on now? I have to go back to the tank again. Oh, that's... Oh, yeah, that's what's going on. I'm going to get back again. Oh, no. Okay, I'll cut that out. Oh, that's good. Ja, ich war ja schon. Scheiß Teil, ey. Ja, das war's. Oh, nein. Wo soll ich denn jetzt hier hin? Oh, Christ. Hä? Wo ist denn? Oh, wo ist das hier? Hä? Ist das hier wieder verschwunden? Okay, los geht's. Oh, hässlich. No! No! Hush now, lullaby. Close your eyes for sleep. It's coming. Hush now, lullaby. My pussy, so don't you cry. Hm. No, 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 no. Fuck. Whatever that flesh was, I think it broke the portal. So much for the town. Where the hell have I taken us now? Oh, god. Ja, wo sind wir jetzt, äh? Was ist die Frage? Naja, ob so hab ich jetzt wieder in der normalen Welt. Ah, hier ist das Portal. Oh, noch Lampen, ey. Ah. Ah, anscheinend haben die diese Technologie in dieser Welt her teleportiert. Oh man, warum haben die das gemacht? Ey, sind die blöd. Ah, man kann doch hier nicht einfach zum Alien... Alien-Technologie... ...irgendwo einfach her teleportieren. Das ist ne richtig dumme Idee. Hm. Ah, wir müssen damit... ...die Tür hier öffnen. Das ist ja oben irgendwie ein... Ah, hier muss man aus dem Weg. Ah, hier muss man aus dem Weg. Okay, das ist ja oben. Ah, hier muss man weg. Ah, was ist das denn? Ich hoffe, ich bin mir mal, was ist das ist das? Ah. Ah. Hm? Oh mein Gott, das ist so nehmt. So, mit den zwei... Die müssen wir, glaube ich, jetzt hier benutzen. Denk ich zumindest. Bin mir aber nicht so sicher. Ah ja, genau. Das ist der Marie. Oh jeh. Sieht ja auch interessant aus, aber... Was haben die denn gemacht... ...gemacht mit der Technologie? Sieht ja auch schon hier. Okay, ich spreche mit Samir genug. Hm. Ach ja, noch mehr Zeug. Ich schließe mir das aber nicht mehr durch. Die Infos sind ja ähnlich so wichtig. Hm. Ach, noch mehr Lampenöl. Noch ein paar Werkzeuge. Und noch mehr Zeug, noch was wir nicht lesen können. Okay, dann können wir das Zeug jetzt hier auch mal mitnehmen. Können wir hier noch was anmachen damit? Ja, ich weiß nicht. Was, was ich nicht? Ich habe auch noch mehr Vergaslt, aber sie ist. Ich bin jetzt mal ein paar. Ich bin jetzt mal ein paar. Ich bin jetzt nicht. Mm-hmm-hmm. Okay, here. So... Then here. Ah, further from the back. Ah, yes. Right. Okay, let's activate another portal. Okay, let's... Let's activate something again. Activate. What do you suppose happened to the people who lived here? At least we got away from Leon. I never liked him. He liked me, but... He went away. And he hated Salim. Mm-hmm. Ach, hier kann man mit so einer Plattform... Wahrscheinlich sind wir so langfahren an der Schiene hier. Okay. Hey. Ist die Tyrien denn jetzt offen? Ja, wir müssen hier bestimmt irgendwie in den Heim fahren. Die Frage ist... Ich fahre mir das... Ich fahre mir das... Ich fahre mir das... Ich fahre mir das aktivieren. Hmm... Ah! Ah, was haben wir noch einen? Genau. Oh, wir waren noch nicht schnell genug. Hä, oder was? Oh. Oh. Oh, interesting. Aha. Ja, und damit könnten wir uns selber wünschen. Jo, okay. Aber bevor wir das tun werden, oder was auch immer wir machen sollen, entweder... Aber ich denke mal, wir sollen uns jetzt selber wünschen, oder so. Oder irgendwas anderes tun, um dann weiterzukommen. Ja, aber bevor wir das machen, beenden wir die Folge hier erstmal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!